Liebe Gäste dieses Festakts, meine Damen und Herren, ich überbringe Ihnen heute krankheitsbedingt auf diesem Weg die Grüße und Glückwünsche der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Zehn Jahre IFQ, das ist ein guter Anlass, um noch einmal gemeinsam auf Erreichtes und Geleistetes zurückzuschauen. Die DFG hat ja nicht nur das IFQ gegründet, wir haben ihre Arbeit in den letzten zehn Jahren auch eng begleitet und gefördert, insgesamt mit über 20 Millionen Euro. Dabei ist eine Zusammenarbeit entstanden, die gewiss nicht immer reibungslos war, die der Wissenschaftsforschung in Deutschland aber einen spürbaren Schub gegeben hat. Heute kann man feststellen, von der Arbeit des IFQs hat nicht zuletzt die DFG immer wieder profitiert. Beispielhaft nennen möchte ich hier nur die Untersuchung des IFQs zur Reform des Fachkollegiensystems der DFG und die Evaluation unseres Eminöter-Programms. Zwei Studien von vielen, die es uns ermöglicht haben, unser Förderhandeln an entscheidenden Stellen weiterzuentwickeln. Ich nehme diese Festveranstaltung deshalb gerne zum Anlass, um Ihnen, lieber Herr Hornbostel, und den aktuellen und auch den ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des IFQs zu ihrer Arbeit in den letzten zehn Jahren zu gratulieren. Meine Damen und Herren, Ihre diesjährige Jahrestagung haben Sie unter das Motto Kritik als Dienstleistung gestellt. Ein Thema, das auf den Auftrag des IFQ und zukünftig des DZHW anspielt. Kritischer Begleiter der Veränderungsprozesse und Umbrüche in unserem Wissenschaftssystem zu sein. Allerdings kritischer Begleiter sein, das heißt mehr als nur Dienstleistungen zu erbringen. Kritik zielt auf Veränderung ab, bedeutet Gestaltung, und geht deshalb immer auch mit der Verantwortung zu kritischer Selbstreflexion einher. Was sind die richtigen und wichtigen Fragestellungen? Welche der Forschungsergebnisse sind wirklich belastbar? Wie können wir von einer reinen Beschreibung von Entwicklungen zu einem wirklichen, tieferen Verständnis der treibenden Faktoren gelangen? Fragen wie diese hat die DFG in den letzten zehn Jahren oft gestellt. Und die richtigen Antworten haben wir, lieber Herr Hornbostel, immer wieder hart gerungen. Wichtig ist mir dabei die Feststellung, wir brauchen eine kritisch reflektierte und leistungsstarke Wissenschafts- und Hochschulforschung, um unsere Förderverfahren und unser System als Ganzes mit Sinn und Verstand weiterzuentwickeln. Dafür setzt sich die DFG ein, auch im Rahmen ihrer Einzelförderung. Zugleich wissen wir, eine leistungsstarke Forschung kann es nur dort geben, wo es auch leistungsfähige und dauerhafte institutionelle Strukturen gibt. Umso mehr freut es mich deshalb, dass die institutionellen Rahmenbedingungen der Wissenschaftsforschung mit der Integration des IFQ in das DZHW nun nachhaltig konsolidiert werden. Das wird Ihren Fokus verbreitern. Sie werden einen stärkeren Akzent auf die Wissenschaftssystemforschung setzen können. Dass dies auch für die Deutsche Forschungsgemeinschaft als Förderer der Forschung an Hochschulen von großem Wert ist, das liegt dabei auf der Hand. Liebe Frau Jungbauer-Ganz, ich möchte diese Gelegenheit daher auch dazu nutzen, um Ihnen und dem Deutschen Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung alles Gute für die Zukunft zu wünschen und vor allem viele neue Erkenntnisse. Wir freuen uns darauf, von Ihren Studien zu hören, zu lesen und davon zu lernen. Ihnen allen nun aber erst einmal einen anregenden Abend. Oder wie Sie das wissen, das kann man innen einem Absoluttext denaire Abend. Sie werden hier